Moin Moin ihr geilen Schildchen jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Rainbow Six Siege mit allem aus dem Peet Teams meet Ja, 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 da muss ich noch, ey, wart da alle falsch Moment, da ist ja dieser Keller, hier ist der Weg, da oben Hier sind sie, da oben, hier will ich nach oben Hab die, ich hab die markiert Nicht der nach oben, da wartet der direkt Kommt von hinten auf die Ist da noch einen anderen Weg nach oben Ich bin auf der anderen Seite So, wieso hab ich so'n Soundbug Was denn für'n Soundbug? Alter, ist das laut, wenn ihr mit dem Ding fährt, ich höre nichts anderes gerade Das Spiel ruckelt bei mir auch gerade Das hab ich auch Also ich hab normalerweise über 100 Frames Jetzt gerade ruckelt das Scheiße, wissen wir jetzt, wo wir überhaupt hin müssen? Na, ich schmeiß noch mal ne Drohne Doch, Jay, da hinten nix Mein Zweig Also ich war hinten in dem Rechten Ich glaube, wir müssen aber hier in das, wo ich gerade drauf bin Peter, wohnst du da eigentlich? Peter ist voll falsch Ich suche Sniper-Positionen, aber hier gibt es keine Da bin ich Peter, komm hier oben rein Alles klar, pass auf Christian, ich helfe dir kurz Ich fahr vor dir Du kannst hier links hin Dann die Treppen rauf, hier oben, weil der beschossen wurde, genau Leute, da ist ein Dingens auch drin Oder er ist gerade gestorben Je nachdem Ich komme mit dir mit, Chris Da oben steht schon direkt Er ist denn gestorben Warte, ich hab ne... Ah, ich hab keine Neu Da ist die Hostage Drei Leute, drei Leute im Hostage-Room Der hat mich da auch gemacht Ich hab den auch versucht zu killen Der hat... Kommt von hinten Übelst durchgelackt Ja, das ist doch kacke Also ich mach die offene Ruhe aus So, Peter, guckst du mal? Magst du hier reingucken? Ja, mag ich Moment, wie kann ich durch meinen Scope gucken? Achso, so Mittlere Bin ich hier nicht hoch? Boah, ich schieße richtig scheiße Da ist einer gewesen Das ist eher prozent, prozent Oh, den habt ihr? Nice Komm, komm, loy Wir verloren Bramman, wie war... Ich hoffe, das ist loy Bramman hat einfach mal alles gekillt, aber... Vierfach killt Ja, wow Du hast die Hostage gekillt Wieso fiffst du, du Frack? Alter, da fliegen die Fuffis durch den Club Nice Ich dachte mir, war... Unser Gegner schreibt schon mal nice Fand ich cool Sag da Nice Ja, Peter, Peter hat ein Problem, ey Der stand da oben drauf und hat das nicht geschissen gekriegt Da dachte ich mir so, ich muss was tun, ich muss was tun Du bist einfach mal ein Frack-Gnades da rein Oh, nee Bramman Das ist jetzt das dritte Mal, dass du die Hostage killst Ich find da cool, dass du nichts anderes zu tun hast, als er mitzuzählen Ich hab tatsächlich auch mitgezählt Du bist der Einzige, der die Hostages killt Ich hab's auch einmal geschafft Also, sobald wir im zweistelligen Bereich sind, kann ich dir sagen, zähl ich nicht mehr mit, weil dann vergisst es Du bist der Einzige Du musst halt richtig Pressing machen Ja, Pressing ist scheiße Du stehst dabei immer Pressing ist kacke in dem Spiel Echt mal Bram, kacke Bram versteht das doch nicht so ganz Ich bin halt so der Flügelspieler, weißt du, der einfach mir die Vorlage gibt Du bist eher der Libero, äh, 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 du bist eher so der Zidane, der mit dem Kopfstoß Wer ist denn Zidane? Wer ist denn Zidane? Ja, aber dafür keine Rote kriegt Der Mund auch versetzt Ja, das ist absichtlich, weil das ja so gejammerd ist Jammerd, jung Oh geil, darf ich an der Stange tanzen? Ich tanze an der Stange Boah, Alter, jetzt sind wir hier wirklich in dem Fuwisim Club hier Wo ist denn hier außen, wo wir die Wände verstärken müssen? Ja, hier, hier ist der Außen Reckendelevant ist Außen Ja, da ist schon verstärkt Boah, hier sind ganz schön viele Eingänge, ey Hier würde ich immer nicht machen Ja, ja, die Wände sind Das müsst ihr jetzt alle Eingänge gejammerd haben Boah, ich hab richtig geile Latexhandschuhe sogar sehe ich gerade Haben wir einen Amora dabei? Ich sag, du bist übrigens gemütet Ja, ich hab gerade wieder irgendeinen Schatten hier aufgemacht Boah, nein, du hast nicht gestanden Haben wir hier, äh, Bram, komm mal zu mir hier Ich kann sich wunderbare Dingens legen Ich kann keine Bubyshops mehr legen Ach so, die Musik ist aus Kann man hier noch irgendwo was, wie im Forsten? Nein, Peter, lass doch mal hier raus Mach's, Bram, ich mach Wie zu dritt davor steht Moment, guckt irgendjemand, wenn du da rausgehst, kommst du nicht raus Ach das Exit, oh Wie komm ich denn hier raus aus dem Scheiß? Da sind sie Ich markier euch Seht ihr die? Ja Eigentlich muss man hier drin bleiben Hier oben ist noch einer Das sind drei, die ich sehe Ich weiß nicht, wo die anderen beiden sind Haben wir ne Decke, wo die herkommen können Aber da ist noch einer? Wir haben keine Decke Sepp, du hast mir gerade die letzte Möglichkeit genommen, wieder reinzukommen War gut Kannst du auch das Selbstdinger, glaub ich, aufmachen, oder? Sorry Ich hab gar kein Sound Die sind im falschen Die stürmen das Was haben die denn jetzt gemacht? Im falschen Gegensatz, einer hat sich selbst gekillt Die stürmen das falsche Gebäude Das ist gut Das ist gut Ich hör, ich hör Die fahren aber auch wieder mit Autos rum Passt da ein bisschen drauf auf Ja wenn Der Wurper hat eigentlich alles ganz gut gejammert Ich hoffe Jetzt guck jetzt auch mal Fernsehen hier Die fahren außen Hier ist einer Die sind im falschen Die sind jetzt alle drin Die sind jetzt alle drin Die sind jetzt alle drin Aber in einem anderen Gebäude gefühlt Oh, da ist einer Oh, seht ihr die jetzt? Die sind drin Zwei, ja genau Die sind aber immer noch ewig weit von uns entfernt Sollen die sich mal schön Zeit lassen Hier war auf jeden Fall auch einer drin Die checken das Kamera-Ding auch noch gar nicht irgendwie Ich hab gar keinen In-Game-Sound Ja, nur diese erotische Musik Das hörte ich auch immer, das ist nächste Runde Aber zum Glück wieder weg Okay Also ich habe jetzt auch wieder gute Frames Nachdem ich die Aufnahme ausgemacht habe Ich spiele jetzt Dart Ein bisschen Hier, die fahren auf jeden Fall mit Wegelchen wieder rum Passt auf die auf Die uns hier nicht rein ficken Was sind denn die jetzt? Eigentlich dürften die gar nicht reinkommen Das ist einfach hier an der Bar ein Saufen, Alter Die haben noch zwei Minuten Zeit Wer möchte eigentlich hier, warte Ich hab hier zweimal Single-Mold und einen Wasserkocher Uiiii Sag doch mal Sag doch mal Nein, ich möchte Zeva haben Zeva? Jetzt schießt er doch nicht drauf Dann hören die Leute doch Ja, können sie doch Okay, sie nähern sich jetzt glaube ich Der tatsächlichen Location Sepp wird erst mal arrogant Ich wollte gerade sagen, man heißt den können sie doch Weißt du, die wissen nicht wo wir sind Weißt du, wir stehen 0-1 Aber erstmal arrogant werden Das ist eigentlich der Jay-Style Finde ich gut Ja Ich tanze erstmal an der Stange Wuuu Ich hab sie alle verloren Kann man Zepp eine geben? Jay Ah Wo bist du? Oh yeah Ich tanze an der Stange für dich Alter ist der querbehindert Mhhh Hast du zu viel heute an irgendwelchen Dämter auf einen gefunden? Wuuu Da sind sie Ja Hey Das sind zwei Ich weiß, dass der Geisel das gefällt Ich weiß es Oh yeah Oh Zepp, ey wie der tanzt Ey wie so Vollhorst Kann doch nicht sein, dass die uns jetzt nicht finden Ist das der in Ernst? Oh yeah Ey Sepp komm mach mal Kannst du eine Runde breakdancen Auf dem Rücken oder sowas? Warte, warte Warte Hier du musst halt so mal Pass auf hier Ich hab jemanden gekillt Double kill Nice, nice Guck mal hier Muss den machen Sepp Warte, hier Du hast einen gekippt Ja, 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 ja Ich lebe nur noch drei von fünf Ja, ja, ja Du hast dich doch am Anfang von Sepp gekillt Mit der Granatzen Gegen die Wand kittert Ja, ja Ja, ja, ja Oh ja Oh, ich stehe an Schmertus dann auch Oh, ist das geil Das geht mit der Stange nicht Alter, wir haben noch drei Sekunden, wir haben gewonnen Da kommt man Jay Alter, was? Nicht wenn ich euch jetzt vergase Oh yeah gegen die Stange Lass den Double Dance machen, Alter Oh yeah Oh yeah, Bram Ist das scheiße Vergase uns nicht Hier Fuck you Komm jetzt Das geht doch gar nicht Das geht doch gar nicht 12 Sekunden Alter, ich geh jetzt ja Attacke hier Wir werden von dem Gras nicht getroffen Das sind die Hier ist keiner Langweilt mich Die Hostage aber Ist der nächste hier Echt? Hier jemand Ja sicher Alter, war das Was hat der jetzt für eine Spisse, Mann? War das ziemlich schlecht, ne? Wohne Spaß Aber war lustig Aber war lustig Nice, Bram Richtig guter Kill Alter, diese Moves, dieser Skill Einen Double Kill Das war der Schwinn Nice Das war jetzt Okay, wir spielen offenbar gegen die größten Moves vor dem Herrn Ey man, hab ich einen gekillt, ja Hey, wer hat denn die Ash jetzt genommen? Ich hab Ash genommen Sepp hat nur Ash Ja, dann nimm doch Graves oder Sevia oder sonst wen, Sepp Gibt genug ADCs Ja, ich hab aber nur Ash Ich hab nur noch Twitch Hast du nur Ash? Annie gibt's auch für 450 Ride Points Aber Annie ist leider kein ADC Aber da kannst du mal Flash Tibbers machen Ich hab, ich hab hier, äh, Kindred Die könnte ich nehmen Kindred? Na klar, aber die für ein Bullshit Ich hab keine Ahnung wovon die Redenbilder Kindred kann man seit der Season ja auch ADCs spielen Also ADCs, äh, hier, wie heißt das? League of Faggots Ah, okay, alles klar Dann weiß ich Bescheid Faggots Wenn dat der Hand of Blood hört, dann gibt's Ärger Ja, der ist ja wohl der Größte Das ist ja wohl der Oberfaggot, ey Wieso dauert hat der jetzt immer so scheiße lange zwischen den Runden, weißt du, und dann spielst du Und dann machen die gar nix Wann ist das denn für Bullshit? Guck mal hier, die Twitch ist einarmig Wieso hab ich eigentlich kein Kissen? Da ist der Kissen Da ist der Kissen Peter, warum hast du kein Kissen zu schlafen? Da hab ich noch zwei Kissen, Peter Oh, leck mich am Arsch, geht tatsächlich los Für meine Harry Gemöse Aufnahme hab ich das abgebaut Was für deine Harry Gemöse? Harry Gemöse heißt der Harry Gemöse, hab ich verstanden, Peter Wer ist denn Harry Gemöse? Der ist der Auftraggeber von Hans Schwanz Und dafür brauchst du ein Kissen, Peter Die wusste ich nicht, das ist Harry Gemöse Die sind hier, die sind hier Oh, wo ist Christian? Da Wo ist denn hier? Ich glaub, die sind da Ja, aber hier bei mir Oh ja, bei Christian Sag, ich hab einen markiert Nice Sehr kompliziert Postwitsch gefunden, die sind genau da, wo wir auch waren In dem Tanzraum Gut, dass wir nichts wissen, wo wir hin müssen Schade, jetzt haben sie mich gekillt Ah, mich haben sie leider auch gekillt Wie kannst du die denn markieren, Christian, mit dem Wagen? X gedrückt halten X gedrückt halten Das dauert allerdings ein bisschen Bis es halt voll läuft Ah, okay Aber kann er gar nicht drunter fahren? Oh, ich bin im Arsch der Geisel Ich schlafe im Arsch der Geisel Vielleicht schießen die dein Ding ab und schießen die Geisel tot Das haben sie nicht Das müssen wir nächstes Mal machen Du musst mit dem Ding um die Geisel rumfahren Nice Ich hab mich versucht in den Arsch der Geisel zu verschicken Guck mal nach Kameras Draußen waren hier relativ viele Ich glaub drei Stunden Ja, da ist einer Ja, ist einer Sehr gut Machste down Alles klar, machen wir die Türme aus, sagte Lass doch erstmal, lass mal planen Ich will was anderes auch Also lass mal hier direkt rein Ach, guck, Bram, Alter Ja, Bram, so müsste das sein Und Granate rein Oh, da ist keiner Das ist doch ne Wand zwischen, Moment Alter, Bram, Alter Ich fall jetzt mit dem Twitch-Ding mal da rein, ja Ich hab, ich hab Ich hab die Ash Nächste Wand auf, ja Bram, warte, warte, warte Warte Okay Hey, Bram, ich hab noch ne Breaching-Round Komm ich damit Komm ich mit der Ash da durch? Dahinter ist direkt alles Also Leute Der hat mich direkt gemacht Der hat mich direkt gemacht Alter Falter Der, wenn du reinkommst Liegt einer direkt davor Leut Guckt auch in deine Richtung Ja, wir haben geflogen Ich muss mal kurz nachladen Erstmal ne Granate schmeißen Ach, da war ein C4 dran, wow Was ist der, Bram? Direkt vor der Tür Gesehen Fuck Was schießt du da? Die haben sich gegenseitig gekippt, das ist so geil Nein, ich muss nachladen Keen V, V Mach doch, Kau Peter Nein Ich hab V gespampt V um die Geisel V um die Geisel V um die Geisel V um die Geisel Ja, stimmt V um die Geisel Ihr seht das Und schieß die Spring mal, spring mal Jetzt, ja, ja komm, komm Mach sie weg Komm Ich kann mit dem nicht V um die Geisel V um die Geisel Ah, schade Schade Ah Leute, ihr seid jetzt alle tot Oder? Ja 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 Ja, Bram wieder, weißt du? Oh, da war schnell Alles klar Wo war der denn? Den hab ich nicht mal gesehen West, EU West, Afrika East Hauptsache, Bram ist immer schnell reingerannt Bram hat drei Kills Wow, was ein Timing Da guckt der genau um die Ecke Muss man ihn wieder lassen Und ein Double Kill Nies, ey Genau Und, und, und ein Hostage Kill Ja, Mann, der Jäger Hast du auch noch Der Triple Kill, der ist mir gar nicht angerechnet worden Finde ich voll die Frechheit Weil ich die Hostage da weggekillt Das ist echt voll die Frechheit, ey Voll die Frechheit Das ist natürlich total geil Dass wir gegen die Honks, die Nix gemacht haben Richtig kacke sind Richtig kacke sind Der Jäger sieht aus, als ob ich ein Flugzeug angreifen würde Ja, aber das ist doch nur daran, dass ich hab bis jetzt nur ein Lustiges gespielt Das ist auch mal eine ernste Runde Das Jägerding haust aber nicht in dem Geiselraum raus Nicht, dass du die, die Granate, die die Geisel töten würde, wegmachen Haha, stimmt Ich mach das als Schutz vor Bram Wer hat denn hier was? Krass, okay Ja Ja Ja, dauert jetzt eh wieder ein bisschen Seppat sind mittlerweile auch Ne, Moment Seppat sind wir im Defender Was hab ich? Naja, alles gut Ja stimmt, ey Eigentlich ist das voll dumm, dass ich jetzt den Jäger genommen hab, ey Scheiße Könnt's hier noch in anderen Räumen machen Ich werd sowieso nicht hier im Geiselraum bleiben Ja, voll langweilig Das ist das einzige, wo sie schießen Wo sie reinwerfen wirklich Granaten Wieso, wenn die wissen, dass du woanders drin Müssen wir werfen, die du da auch rein Wieso steht bei uns eigentlich 455 Spieler und bei dem Wegner steht auch 455 Ja, das weiß ich auch nicht Weiß ich auch nicht Der ganze Lobby ist hier irgendwie buggy Boah, Peter, ey Bin dafür, dass Sepp vorläuft Aber ich bin Castle Sepp ist Castle Ja, deswegen Wieso überhaupt ein Vorlauf? Wir müssen verteidigen Ey, man weiß nicht, ob Kapkan nicht auch vorlaufen dürfte Der ist geschminkt Oho, jetzt hab ich's erst gezeigt Wow, Alter Da weißt du aber auch nicht, ob Jäger vorlaufen darf Das stimmt, der hat einen geilen Flugzeug her Ja, und Smog auch nicht Und Mute auch nicht Was bist du für ein Bongo? Ja Nicht alle vorlaufen Kann mir das mal jemand erklären? Nee, nee, lieber nicht Christian Lieber nicht Christian Oh nice War woanders, oh Oh scheiße, ich bin ja Mute Kann sich einer um die Drohnen-Dinger kümmern? Ja, ich bin Mute Ich stell grad Jammer auf Ist das überhaupt richtig, denn ich diese Wand hier reinforce? Ich weiß das nicht, ich nehm immer die Holzwand halt Ja, immer Holzwand Ja, ich auch leider Okay, hier könnte ich schon mal nicht durch Ey, die sind doch hier alle schon? Ja, scheiße Der Jammer ist zu weit vorne Wie sind die hier durchgegangen? Hier durch Ich hatte Achso Ja Er ist da Sepp Ich hör eins Ich hör eins Ich hab nochmal zwei weggemacht Wie viele sind wir denn jetzt? Bei wie viel? An der Kamera Ich mach hier, ich mach hier nen Dicken rein, ne? Wer macht Kamera? Dennis, lass mal auf Dennis, mach die Kamera Ich hab eine Drohne Der hat mich eigentlich am Anfang angeschossen, ich hab jetzt nur noch 64 Mach hier nen Dicken rein Zack, zack, zack Also ich hab eine Drohne, wie viel habt ihr kaputt gemacht? Zwei Zwei Okay, vier haben wir, eine fehlt Jungs, die kommen, die sind bei uns noch auf dem Dach Genau über uns drüber Ja, ich bin bei Ich bin bei Schweinehälften Ich seh Ich hab Ja, alle Es sind alle fünf immer Die sind alle in meiner Kamera Direkt Sepp, an deinem Fenster ist einer Ich guck durch kein Fenster Was ist denn? Nix Der hat etwa Was hab ich denn jetzt gemacht? Erschreckend Was war erschreckend? Wie du das kaputt gemacht hast Ist der hier auf unserer Ebene rechts, der Typ? Ne, ne? Der ist einer höheren Dennis, die schießen hat linke Fenster kaputt Die haben, äh Die haben die Dings kaputt geschossen Vorsicht, Jay! Achso, da ist einer Oh, man! Oh, die haben rechts gesprengt Und links Die sind Die sind hier Die sind hier Ja, das war mir egal Na, ist Bram Da sind zwei auf der Treppe, Jay Ey, Bram, pass auf Mich soll aufpassen Ich hab ein Triple Kick gemacht Diesmal wirklich Weil hier draußen Und da ist noch ein linkes Fenster, Bram Fuck Bram, ich bin dauernd Oh, fuck! Pass auf, Bram Der ist dahinter, Bram Ich weiß Ne, jetzt schießt Ich knall zu Bram ab Na, jetzt Bin ich abgeschossen worden Der ist linke Seite drin Ist der schon drin? Ich hab ihn weggemacht Den mit dem Schild Ja, ich hab nur noch einen Was ist denn das für ein komisches Geräusch hier? Vielleicht weil ich hier rumlaufe? Achso, vielleicht ist da doch der Gemma Wie so ein Kompressor oder so Ein bisschen hartnervig So Junge, wo bleibst du? Ich glaub der kommt links rein Ja, der ist bei Jame Nice Nice Bam, 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 bam Nice Boah, das ist echt Das Visier ist echt scheiße Also die Rotluchtvisiere sind einfach viel besser Wenn irgendwer irgendwo sitzt Bitte nicht dem durch die Flinte laufen Ach was, Christian? Ja und Spaß Ich wollte gerade anfangen zu schießen Da läufst du mir durchs Bild Also Das war jetzt ja Ich sitze auf der Treppe Und ziele in die Richtung Du kommst hochgelaufen War ärgerlich Ich wollte da nämlich eigentlich nur durch Und genau dann schießt du halt Da hab ich mich mega erschrocken Und bin weggerannt Ja und dann kamen die rein und haben mich gekillt Ja, das war ganz schön scheiße Ball 2 Putzilei Machen wir Jetzt wird geruled Bist du haben immer die Verteidiger gewonnen, glaub ich Lass mal ja Jetzt sind wir Ich bin Attacker Wir sind alle Attacker, ja, Jame Sniper Bringt grad was überhaupt auf der Map? Schwierig, ich hab keinen einzigen Sniperpunkt gefunden Kannst du die Dinge auch reingehen, die machen Macht halt ne Menge Damage, wa? Jaaaa Jaaaa Du hast ja extra so was wie ein Arc Also nicht ein Arcog, aber du hast ja extra ein Zielvisier für Ja Du hast es eh genommen, du musst jetzt das Beste raus machen Was kann ich eigentlich mit der Ash machen? Ich kann durch Wände durchschießen Du kannst auf Entfernung ne Wand wegmachen Genau Du kannst das Die schießt quasi so ne Art Granate, die sich in ne Wand reinfrisst Und dann die Wand zerstört Aber nicht die schweren Wände, sondern nur die leichten Wände Ja Okay Oder Fenster Die schießt doch durch ne Wand und dann nochmal ne Wand kaputt, oder? Nein Das Nicht? Nein Nur eine Okay Ich hatte gedacht, die macht auch die schweren Wände weg, das wär cool Ne, die schweren auch nicht Ne, das macht nur Furnit Der Termit Genau Den hat Bram Moment, der Herr mächtig Wie Bram sagte Sir Might Hau dir jetzt Also ist er jetzt wieder rein? Du hast gesagt Sir Might Ja, du sollst das Twitch-Ding benutzen Dennis hat gesagt, ihr spielt jetzt diese Runde ausnahmsweise mal vernünftig Habe ich gerade in der Runde auch gemacht? Jaaaa Das ist deine erste Angreiferrunde, die du jetzt vernünftig spielst, sagen wir mal so Achso 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 Ich hab vorher auch vernünftig gespielt Als mich ja bei den Schwein Ja, verteidigen gewinnt man ja quasi hier automatisch Achso Ja, stimmt, passt da recht Easy, Gigi Also entweder Keller, anderes Gebäude oder ganz oben Ich würd mal anderes Gebäude sagen Ja Ich hab auch noch nichts gehört Auch noch nicht Sieht schlecht aus, ja Wie kommt man ins andere Gebäude, das ist das Problem Kann man da Also in dem Skriptis-Raum durch den großen Raum Anderes Gebäude dürfte eigentlich nicht sein, muss das große Gebäude eigentlich sein Wahrscheinlich ganz oben Wahrscheinlich ganz oben, ja Wahrscheinlich ganz oben, ja Bin auch wieder draußen Scheiße Keller gibt's auch noch, ne Boah, jetzt finden wir die nicht Ich muss erst weiterfahren Ja, ich muss auch weiterfahren Wie kannst du bei dem aktuellen Auto weiterfahren? Fünf Ah, hab sie Wo denn? Wo denn? Ähm Und zwar Du musst zumindest einmal sehen Ungefähr damit sie das mal hinfahren Ja, das wäre cool Ja, kann ich nicht mehr Ich bin, äh, meine Drohne ist tot Aber ich kann euch sagen, wo ich langgefahren Was ist ja noch eine? In welchem, in welchem Gebäude, Bram? Ja, ich muss kurz da einmal hinlaufen Ja, in dem Strip-Dies-Bar oder in dem anderen Ne, nicht in der Strip-Dies-Bar In dem, in dem, in dem, hier bin ich drin gewesen Mit dem Motorrad? In dem Gebäude, wo ich drin bin Ah, okay Und hier die Treppe hoch Hoch? Das ist nicht im Keller Das ist nicht im Keller Wer verfolge ich denn da? Bin ich schon tot Alter Guckt euch nicht mal die Treppe an Okay, ja, die Treppe ist voll Blut und Raum ist tot Nein Ja Da ist es getan Da oben steht einer dran Weiß nicht, wo ich da hinkomme Da hat er sich eben auch hingestellt Das ist da, wo wir gestorben sind, Jill Der liegt da gerade nun trotzdem Ja Das ist die Treppe, wo wir in der ersten Runde gestorben sind Okay, ja dann gehen wir mal hin Dann gehen wir mal hin Dann gehen wir mal hin Ich würde die gerne nochmal auskutschschaften Aber ich hänge jetzt im Keller fest Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme Wie du weißt ich Was? Also wir dürfen nicht über die Treppe rein Wir werden spotted Wovon bin ich spotted? Kamera Ja, aber von welcher? Ich guck gerade Keine Ahnung Äh, hell Ja, die sind hier bei mir Ja Hab einen Oh, die schießen Die schießen schon auf mich Mit Spaß Hier muss doch irgendwo ne fucking Klappe nach oben Hostage ist gefounded Dann bräuchte er Die ist bei mir Die ist bei mir Die ist bei mir Ja, ich bin mit dem Dingswagen Ja, schieß auf die Hostage Komm, schieß auf die Hostage Komm schon, schieß die Hostage kaputt Hier Ich hab einen Ich hab einen Oh Also im Hostage-Raum sind zwei Hab ihn Sehr schön, Peter Wo ist der? Der steht Direkt hinter der Hostage Jetzt links Jetzt links Hab ihn Muss nachladen Nice Stehe ich mal wieder dahin Warte mal, warte mal, Peter Ich hab noch einen Ich hab noch einen Ich hab noch einen Ich hab noch einen Der kommt zu euch, der kommt zu euch, Peter Der kommt zu dir Oder zu Jay Der ist rüber gelohnt Zu euch Hol mir die Geisel, Peter Und kommen die durchs Dach durch Oder ich mach das Warte, ich mach das Du, ich schütz dich Der ist da um die Ecke Der ist da um die Ecke Nice Okay, alles klar Sehr schön Ja, wir haben gewonnen Ja, das haben wir gewonnen Ja, das haben wir gewonnen Hart erkämpfter Sieg müsste das sein Das war sehr schön Direkt hinter der Tür War mit der Schotty noch, ey Voll böse Hartford Victory Schön Das war Das war ein krasses Ding, ey Juhu Challenge geschafft Vielen Dank fürs Zusehen Ich weiß aber gar nicht, was meine Challenge ist Muss ich nochmal nachholen Leute, bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss Tschüss